Moin Leute, willkommen zu einer weiteren Runde Star Wars Battlefront 2 aka 4. So, wir spielen mit der ersten Ordnung, das ist ein Abfang-Tie Fighter, also ein Tie EO und hier haben wir einen Tie SE. Okay, ich hätte eher andere Abfang-Ties genommen. Okay, und da haben wir noch einen Tie der ersten Ordnung. Ich glaube, das ist der erste Ordnung. Ich weiß nicht, was für ein Tie... Das ist Klassiker-Erste-Ordnung hier, wie in dem Rot. Wie lange wir den Winter abfangen? Kurzer Treffer. Danke. Anfänger Glück. Nein. Ich halte mich nicht mehr lange durch. Ich habe mich vergessen, wo, wo ist es oben und wo ist unten? Ah! Wow! Ich bin Fallon! Oh Gott! Nice! Ist das ein schöner Schuss? Oh! Wir sind getroffen. Und ich habe schon ein少. Oh! Nice, da haben wir den nächsten. Oh! Oh, das ist ganz süß! Ich hab' am Vortil! Fuckin' up Go 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 Nein 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 Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Das waren x-flügler also ein x-wing Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Guck wie der normale toy ist der toyO war ja gesagt The first order die kacke ist einfach mit den teils der böse kann man in teils nichts machen ich werde von drei oder vier gegnern fokussiert ich sehe nicht, ich sehe nicht, Aida ein Torpedo muss das Schöpfen ich stöpfe Feindlicher Jäger zerstören. Das war's. Was ist der Feind da? Oh. Das ist wieder ein Gegner. Das ist wieder ein Gegner. Das ist wieder ein Gegner. Danke. 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 hey die mal ausweichen können 1.500 punkte schade wir haben so gut wie gar nichts also fast 1.600 wenn wir den TIE abfangen doch der TIE abfangen Jäger fängt doch geiler ich feiere einfach TIE Fighter irgendwie ich liebe TIE Fighter nice nächster weg boah und ein welt der teil abfangen ist sogar noch schlechter besser aufpassen da war hat gar keine ich wurde von eigenen geschützt erwischt dann wird auf den teiljäger eigentlich welcher den drei dings haben was hat der überhaupt für fähigkeiten laser sperrfeuer die den teil nehmen wir mal 3.000 haben also das ist auch schon ganz schön ganz nah über die brücke rüber da danke ich weiß nicht getroffen wurde so ist das raumschiff von uns ja immer ein der uns fokuss ja danke ich weiß dass ich abgestürzt bin die map ist überhaupt nicht meins mit den preis weil teils einfach so groß sind hat man erst mal generell wird man so kann man so leicht von gegnern gekostet werden wo ist der gegner ein perfekten terapieter haben der wurde mir klaut der kill boah Nice! Ich bin sehr tief! Wo ist der andere? Feind. Nice, den haben wir jetzt. Da hinten ist der A-Wing. Den A-Wing wollen wir auch noch machen. Nice, den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Den haben wir auch nochmal. Nice, den haben wir jetzt. Du wirst angegriffen. Danke für den Tipp. Ich weiß nicht, ob ich angriffen werde. Das war's für dich. Das war's für dich. Oh. 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 Ah. Schönes Ding. Ich könnte ihn aber noch schön erwischen. Ich glaube, der TIE Lancer wird's doch besser. Ja. Oder der Silent Star, hat er gesagt. Der Silent Star, weil er flacher ist als ein TIE Fighter. Mit dem kommen wir besser durch. Mit dem können wir auch besser im Manöver fliegen. Auch ein paar Raketen warten, die da keiner finden. Auch ein paar Raketen warten, die da keiner finden. Ich will eine Herausforderung. Ja, denkst du, ich will keine Herausforderung. Größere Schlachten, mehr Schiffe, mehr Gegner generell. Jämmerlich. Danke, ich weiß, dass jämmerlich hier die Gegner sind. Bringt sie alle zur Strecke. Danke. Ich weiß, auch meine Auto ist auch meine Mission. Hm. Amusant. Ich denke, es ist nicht amusant. Kylo. Ich werde wirklich bennen. Nächster. Können wir einfach über das Feld fliegen. Der wird erwischt. Ah, nicht ganz, aber jetzt. Aber nice. Unterstützung vom Gegner. Genau, ich bleibe an einem. Bitte die Hitbox. Nein, jetzt haben wir einen blöden TIE Fighter. Feind ausgeschaltet. Ich finde, beim Gegner ist es geiler, weil du einfach so flache Schiffe hast immer als Gegner. Ich finde, die flache Raumjäger finde ich einfach viel geiler, weil die... ... ... ... ... Ok, dann müssen wir wieder ein gewagtes Flugmanöver machen. Boah, das war knapp. Zu aller Battle von zwei Manier. Und da haben wir unseren Feind und wir haben ihn. Nice. Danke, ich weiß. Dankeschön für den Köder, also für den Köder, den ich eigentlich haben wollte. Ok, das haben wir auch noch mit dem Sperrfeuer, lol. Habe ich gerade gesehen, mit dem Sperrfeuer mit dem TIE Fighters haben. Ein ordentlicher Erfolg für die erste Ordnung. Der wird uns mitnehmen können. Noch einen. Nice. Auf jeden Fall. Oh. nein 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 es war knapp oh toll wir sind in unseren eigenen raum kreuzer geflatscht noch geiler wäre es wenn man quasi auch aus den hangar starten würde so wie bei battlefront 2 in den raum schlachten war aber nice ich glaube das nächste mal machen wir dann wieder eine bodenschlacht oder was ein ansturm aha wir machen mal wir machen mal in der nächsten folge gehen wir mal in die cash und alle camino camino machen wir als klo und damit sagen danke fürs zusehen bis zum nächsten mal